Die Spieler sind die Besten, die wir haben. Sie müssen es nur zeigen als Mannschaft. Wir reden gestern wieder von Basics. Die haben die Basic. Wir haben schnelle Spieler, wir haben trippelstarke Spieler, wir haben passstarke Spieler, wir haben auch torgefährliche Spieler in ihren Vereinen. Nur in der Nationalmannschaft zeigen sie es nicht. Und ich finde, wir haben nicht das miteinander, nicht die Freude, nicht die Leidenschaft, die eine Mannschaft auszeichnet. Wenn ich sehe die Argentinier bei der Weltmeisterschaft, wenn ich die Kolumbianer vor zwei Monaten sehe, wenn ich gestern die Japaner sehe, die haben die Basics. Aber die haben doch keine anderen und besseren Basics, wie wir es gelernt haben. Die Spieler spielen in Barcelona, die Spieler spielen in Real Madrid, die spielen eigentlich zu 90, 95 Prozent beim Champions-League-Verein oder bei Bayer Leverkusen, die zurzeit im Endeffekt alle Fußballfans in Deutschland begeistern. Und diese Mannschaft wird vorgeführt vor Japan, vor Kolumbien. Wir werden ja nur noch vorgeführt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.